Wenn wir die Achtung ansehen, dann sehen wir auch hier noch eine neue Richtungverlegung. Und wenn wir hier noch heute, können wir so, wenn wir Krieg und Transport stellen können, die wir Krieg auf der Straße konzentrieren, fahren wir mit dem Krieg auf den Unierplatz und fahren mit der Mittag in der Krieg und Verlegung, die es in der Nähe gibt.